Gobe Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch etwas Gutes kann man noch besser machen. Und darum gibt es bei Gobe immer neue Sorten und Varianten der lustigen Classico-Glasse. Mit der Premium-Linie Goldstar Classico hat Gobe besonders hochwertige Glassenspezialitäten für Geniesser kreiert. Es gibt sie in der praktischen 1 Liter Packung, das sind etwa 600 Gramm, und im Becher als feines Gelato a la Panna oder als erfrischend fruchtiges Sorbet. Damit man all die Classico-Glassenträume jederzeit zum Leben erwecken kann, braucht es natürlich die entsprechende Infrastruktur, sprich Kühlgeräte. Jetzt wäre die Gelegenheit zur Anschaffung eines neuen Geräts besonders günstig. Vergleichen Sie doch einmal die Preise der Satrap-Kühlschränke, Tiefkühlschränke und Tiefkühltruhe. Alle Satrap-Kühl- und Gefrierschränke sind übrigens mit einem neuen Isoliermaterial ausgerüstet, das 50% weniger Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff, FCKW, enthalten. Dank der besseren Isolation konnte man aber nicht nur die Ozonschicht abbauenden Stoff reduzieren. Zusammen mit dem hohen Wirkungsgrad der verwendeten Kompressoren ist auch der Stromverbrauch zurückgegangen. Mit den Energiespargeräten geht die Satrap bezüglich Stromverbrauch noch einen Schritt weiter. Dank extrem starker Isolation wird der Energiebedarf gegenüber herkömmlichen Gefriergeräten um etwa 40% reduziert und tiefgekühlte Lebensmittel überstehen den Stromausfall wesentlich länger, als das bei den üblichen Normen verlangt wird. Keine Gefahr also für Ihre Classico-Vorräte. Sie sehen, mit dem Kauf von einem Satrap Kühl- oder Gefriergerät sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Energie. Und jetzt möchte ich Ihnen noch an einem Beispiel zeigen, wie man bei GOB selber Energie spart. Das ist das Personalrestaurant von GOB Non-Food-Verteilzentralen in Wangen bei Olten. Jeden Tag werden da rund 450 Mitarbeiter verpflegt. Bei diesem lebhaften Betrieb wird auch der Kühlraum und seine Kältemaschine entsprechend beansprucht. Die Abwärme, die durch das Kühlen entsteht, ist früher wie üblich ungenutzt in die Umgebung abgegeben worden. Um die entstehende Wärme zu nutzen, hat man vor ein paar Jahren einen Wärmerückgewinnungsboiler eingebaut, der das gesamte in der Küche gebrauchte warmes Wasser im Schnitt um 26 Grad aufwärmt und sogar Spitzentemperaturen von 42 Grad erreicht. Dank dieser Anlage konnte man schon im ersten Jahr 2800 Liter Heizöl sparen, was einem Energiebedarf von zwei Einfamilienhäusern entspricht. Das ist nur eine von vielen Energiesparmassnahmen, die bei GOB verwirklicht worden sind. Ein anderes Mal dann mehr davon. Jetzt möchte ich Ihnen nämlich eine Neuheit vorstellen. Was? Bonjour Kräutermargarine. Ist das das Neuste von GOB? Ja. Und schau mal. Frisch aus dem Kühlschrank. Und schmilzt sofort. Sie ist auch ideal zu Teigwaren oder Reis, für Töpfel und zum Verfeinern von Gemüse. Schmeckt denn gut. Kommt erst noch rein pflanzlich. Ja. Guten Bonjour. In diesem Fall. Äh. Du hast doch nichts dagegen. Die Bonjour Kräutermargarine eignen sich natürlich auch zum Würzen und Verfeinern von allerlei Grillade. Überraschen Sie doch Ihre Gäste bei den nächsten Gelegenheiten mal mit dieser Neuheit, die bestimmt noch nicht alle kennen. Ebenfalls eine Überraschung, wenn eine ganz andere enthaltene neue Backspot, die wir Ihnen aus Anlass vom 40. Geburtstag von dem beliebtesten DO in der Schweiz als Vorpremiere zeigen. Du weisst, meine Eltern sind schon okay. Das Pumpsystem vom Atomisier kann man einfach abschrauben und mehrmals wieder verwenden. Und die leere Flasche kommt nicht in Abfall, sondern in Glaskontainer. Und nach diesen Neuheiten jetzt ein paar Aktionsangebote, die Sie morgen in unseren Läden antreffen. Jede Packung Ballisto-Cerealriegel kostet von morgen bei Gobe nur 6,40. Und einen frischen Butterzopf an 500 Gramm nur 2,60. 100 Gramm Dillsitterkäse, Rot oder Grün gibt es für nur 1,35. Wer je in die Ferien verreist ist und den Föhn zu Hause gegessen hat, der weiss, wie ärgerlich das kann sein. Sönigipane sollte es von jetzt an eigentlich nicht mehr geben. Gobe offriert Ihnen jetzt nämlich ein Reisefön-Set mit diversen Zubehör in einer praktischen Tasche für unglaubliche 17,50. Das Föhn-Set von Satrap gibt es in verschiedenen Farben und es passt darum bestimmt auch eines in Ihres Gepäck. Vor einer Woche habe ich Ihnen die Patenschaft Gobe näher vorstellen. Für alle, die es nicht gesehen haben, noch mal eine kurze Zusammenfassung. Die Patenschaft Gobe versucht seit 50 Jahren, denen Menschen das Leben ein bisschen leichter zu machen, die unter anderem dafür sorgen, dass wir Naturschönheiten in den Bergen geniessen und bewundern können und sorgen dafür, dass die jungen Bergbauerinnen und Bergbauern in den Berggebieten bleiben können und nicht abwandern müssen. Wenn auch Sie unsere Bergbauern unterstützen möchten, dann können Sie das mit einem Einzahlungs-Schein machen, der jetzt in den Gobe-Läden aufliegt. Gobe selber überweist der Patenschaft zusätzlich 1% vom morgendrigen Tagesumsatz. Wenn Sie also morgen bei Gobe einkaufen, kommt das gerade auch noch der Schweizer Bergbevölkerung zu gut. Besten Dank im Voraus. Mit dem Hinweis auf das Jubiläum der Patenschaft Gobe sind wir am Schluss vom Inforama. Nächste Woche machen wir dann unter anderem einen Besuch in einer Gobe-Molkerei. Es würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei wären. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020